Aus der Traum. 1,8 Millionen EM-Bestandsrentner gehen leer aus. Keine höheren Renten, so das Bundessozialgericht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten ja schon berichtet, dass das Bundessozialgericht am 10. November 2022 in zwei anhängigen Revisionsverfahren über die Frage zu entscheiden hat, ob für EM-Bestandsrentner die Zurechnungszeiten, die ab 2018 oder 2019 gesetzlich geregelt sind, anzuwenden sind und damit auch die Renten neu zu berechnen sind und auch höhere Renten durch die Rentenversicherung zu bezahlen wären. Und das hat das Bundessozialgericht in den zwei Revisionsverfahren am 10. November 2022 abgelehnt. Die Hoffnung hat also der 5. Senat des Bundessozialgerichts, dass 1,8 Millionen Bestandsrentner, die vor 2018 oder vor 2019 schon EM-Renten bekommen haben, hier zerstört. Rentner, deren Erwerbsminderungsrente bereits vor dem 1. Januar 2019 begann, haben keinen Anspruch auf Neuberechnung ihrer Rente nach den inzwischen geltenden, deutlich günstigeren Regelungen. Sie können nicht verlangen, dass bei ihrer Rente Zurechnungszeiten in denselben Umfang berücksichtigt werden, wie das bei denen ab 2018 und vor allem bei denen ab 2019 neu bewilligten EM-Renten geschieht. So hat es der 5. Senat grob ausgedrückt. Nach Auffassung des 5. Senats liegt keine Ungleichbehandlung der beiden Gruppen der Rentner vor, also keine Ungleichbehandlung zwischen Bestandsrentnern und Neurentnern. Stichtagsregelungen, die zum einen eine Verbesserung oder Verschlechterung von Rentenleistungen beinhalten, sind verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, so der 5. Senat des BSG. Der Gesetzgeber darf zwischen Neu- und Bestandsrentnern mit sachlichen Gründen differenzieren. Eine solche für das Bundessozialgericht nachvollziehbare Differenzierung lag nach Auffassung des 5. Senats hier vor. Leistungsverbesserungen sollen eben nur für Neurentner gelten. Dabei spielte auch die Abwägung eine Rolle, dass der finanzielle Mehraufwand für die Einbeziehung der Bestandsrentner für die Rentenversicherung einfach zu hoch gewesen wäre. Eine Aussetzung des Verfahrens und Weiterleitung an das Bundesverfassungsgericht hat das Bundessozialgericht abgelehnt. Ob die Kläger nunmehr noch an das Bundesverfassungsgericht gehen, also die Sache dann noch weiter betreiben, ist für mich aktuell erstmal völlig offen. Ich weiß nur eins, solche Verfahren dauern in der Regel dann sehr lange und sind sehr, sehr oft nicht von Erfolg gegrönt. Ein Trostpflaster gibt es trotzdem für alle Bestandsrentner und das wissen Sie auch. Das ist wirklich vielleicht noch eine gute Sache. Ab dem 1.7.2024 gibt es für 1,8 Millionen Bestandsrentner und Bestandsrentner, die entweder bis dahin eine EM-Rente beziehen oder als Nachfolgerente eine Altersrente beziehen. Bis zu 7,5% pauschalisierten Zuschlag on top ist ja auch nicht so schlecht. Ja, meine Damen und Herren, das war eine Entscheidung, die wir uns so nicht vorgestellt haben, aber so ist es nun mal leider im Leben. Damit müssen wir jetzt alle leben und ich denke, dass jetzt Rechtsklarheit herrscht und dass wir jetzt sozusagen hier vielleicht auch den Deckel drauf machen können. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Das ist und wie immer, eine reine expensive Washington니-EIT vamos denn jetzt auf T Chart direction. Das ist und wie Okay Q 깊 знает das nach Nord 측agen, Ich wünsche Ihnen jetzt mehr